In dieser Folge geht es um die Leinenführung. Wie Anton Fichtelmeier zu sagen pflegt, Hunde hören mit den Augen. Das Sitzsignal kann hier auch durch einen Zug an der Leine gegeben werden. Bei Stop and Go ist es wichtig, dass Ihr Hund lernt, Ihre Körpersprache zu lesen. Die Hand oder ein angezogener Fuß signalisiert, jetzt geht es los. Zwei, drei kurze Dribbelschritte signalisieren, ich bleibe gleich stehen. Und ein leichtes Beugen der Knie signalisiert, Sitz. Das Schöne an dieser Methode, was mit Leine funktioniert, funktioniert auch ohne Leine. Jetzt geht es los. Ich bleibe gleich stehen. Sitz. Jetzt geht es los. Ich bleibe gleich stehen. Sitz. Hier noch ein paar Hinweise. Bei dieser Übung ist die Leine Nebensache, deshalb volle Leinenlänge geben. Das Sitz über die Leine ist ein kontinuierlicher Zug. Verspielen Sie dich das Vertrauen, indem Sie an der Leine rucken. Viel Spaß beim Üben.